Wie halten Sie sich fit bei so einem Pensum? Ja, also heute habe ich es gerade mal geschafft, mal wieder mit meinem Hund joggen zu gehen. Man muss schon ein bisschen was tun, sich die Zeiten einteilen, aber gerade wenn man dann auch noch tagsüber vielleicht ein bisschen Sport machen will, dann hat man am Abend auch schon wieder Stress. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen, dass ich rechtzeitig wegkomme.